Ich habe eine ganz dringende Frage. Okay, schieß los. Also, die Frage ist, wieso wurden Leute gefoltert und was ist Folter? Das finde ich jetzt eine gute Frage. Also, meistens wurden Leute gefoltert, die anders aussehen oder anders waren als die anderen Leute. Sie hatten zum Beispiel Leute, die rote Haare hatten oder Leute, die wussten, was hilft, wenn man krank ist, zum Beispiel Heilkräuter und so. Aha, aber wieso folterte man die? Was hat man gegen die? Naja, weisst du, man hatte Angst vor den Leuten. Man dachte, die sind Hexen und böse Zauberer und die machen einem etwas. Hä? Aber jedes Kind weiss doch, dass es keine Hexen und Zauberer gibt. Ja, aber das war im Mittelalter. Da glaubten die Leute an so Zeugs. Und deshalb wurden meistens unschuldige Leute gefoltert. Aha.